Beispiel Das habe ich in der Stadt nicht so gehabt. Und für die Kinder ist es ideal. Und du willst weiter in der Stadt wohnen bleiben? Ja, auch wegen der guten Verkehrsverbindung. Wie lange brauchst du, bis du in der Stadt bist? Naja, mit dem Zug brauche ich eine Stunde in die Stadt. Mit dem Auto geht es natürlich schneller. Aber da ich zu Hause arbeite, muss ich auch nicht viel mit dem Auto fahren. Aber du bist doch immer gern abends weggegangen. Fehlt dir das nicht? Im Moment nicht. Ich lade jetzt sehr oft Leute ein und wir machen etwas bei mir. Komm mich doch auch mal besuchen. Ja, gern. Gib mir mal deine Adresse.